Ich kann nicht mit meinem Namen eine SIM-Karte in den Vertrag nehmen. Ich kann nicht einen Führerschein machen. Ich will einen Führerschein machen. Ich will einen normalen Menschen wie andere Leute. Aber ich darf das nicht machen. Zum Beispiel, ich würde einen Deutschkurs machen. Ich kann das nicht machen. Das Leben ist ein bisschen schwer und ein bisschen kompressiv. Ich weiß nicht warum. Weil das nicht mein Land ist. Das erste Mal habe ich hier gekommen. Weil ich würde sicher bleiben hier. Ich würde...